Herzlich Willkommen zurück zum diesmal letzten Part vom Airport Simulator 2015 hier bei Let's Multiplayer. Ja, wir schießen jetzt dieses fantastische Spiel ab mit einer letzten Folge, denn wir haben jetzt alle Fahrzeuge freigeschaltet. Wunderbar, wir sehen es hier auch schon. Glückwunsch, du hast alle Fahrzeuge freigeschaltet. Besser wäre, wenn ich hier stehen würde. Fantastisch, du hast alle Fahrzeuge freigeschaltet. Ja, das letzte Fahrzeug ist der Schneeflug und der Schneeflug ist eine Maschine zur Schneeräumung und zum einen bei Schneetiefen von über 60 Zentimetern. Sehr schön. Schauen wir uns aber am besten mal direkt an. Wir pimpen nochmal hier so ein, zwei Fahrzeuge, beziehungsweise eigentlich pimpen wir jetzt gleich den hier nochmal. So, ja, wir haben jetzt zwar noch keine Mission gefunden, bei der wir unseren Schneeräumer hier einsetzen könnten. Aber ich habe jetzt einfach mal auf gut Glück, wie ich mal hier losgefahren habe, mal versucht, ob ich was machen kann. Wir zeigen euch den jetzt nochmal in Aktion, diesen fantastischen Schneeräumer hier. Und, ähm, ja, er versinkt so ein bisschen im Schnee, wie ich finde. Das ist ein bisschen, äh, schwierig, den ganzen hier zu managen und Hand zu haben. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch den trotzdem nochmal in Aktion zeigen, um dieses Spiel auch zum Abschluss zu bringen. Und, ähm, ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert uns gerne, lasst unten gerne einen Kommentar in den Kommentaren stehen, lasst auch gerne einen Like da. Und jetzt auch brandneu ist, äh, unsere Website, äh, www.letsmultiplay.de. Es gibt jetzt bei YouTube diese tolle Funktion, das auf der rechten Seite im oberen Bereich, da oben irgendwo, äh, so ein I erscheint, so ein I-Button. Da könnt ihr draufdrücken und dann ist auch ein Link zu unserer Website, äh, verknüpft. Schaut euch diese Info-Card auf jeden Fall mal an. Schaut euch die Website auch gerne an. Und, äh, ansonsten gibt es die Website auch noch unten in den Kommentaren. Ja, das war der fantastische Airport Simulator 2015 hier bei Let's Multiplay. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel bei tollen, weiteren, fantastischen Spielen. Ciao, ciao.